So guten Tag. Welches Waschprogramm wünschen Sie denn? Komplettpflege. Ich habe extra gewartet, damit es sich auch rentiert. Wunderbar, dass Sie heute zum richtigen Tag gekommen sind. Ganz schön dreckig hier, ganz schön viel. Nimm die Flex dann. Nimm die Flex. Bisschen Lack ist ab, bisschen aber nur. Mach noch mal, ja? Mach noch mal, stopp. Hau ab, zieh Leine. Hatten Sie vorher den Schramm hier schon drin? Hier auf der Seite habe ich jetzt geflext. Da war unheimlich viel Dreck. Der ganze Lack ist jetzt weg, aber der Fliegendreck ist auch weg. Der Lack ist weg? Ja, hier vorn aber nur so ein Stück. Also Sie sind verrückt. Bitte? Also es kann doch nicht sein, dass der Lack weg ist. Aber es sieht gut aus. Die Fliegendreck ist weg, aber es kann man von der Hand machen, aber noch nicht mit dem Flex. Das ist jetzt nicht. Kannst du das Ding mal sehen? Na ja. Scheiße, ne? Herzlich willkommen auf Fernsehsendem. Verstehen Sie Spaß? Verstehen Sie Spaß? Ja, ha! 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 Ha!